...ein Favoritensterben gehofft. Ja, klar. Aber nicht im wörtlichen Sinne. Letztendlich ist der zweite Platz ja auch nicht zu verachten. Nein, nein. Überhaupt nicht. Aber mit dem ersten Platz fährt man immerhin zur Trophäe nach Reims. Und dann gibt's ja noch weitere Geldwerte-Vorteile. Beraterverträge, Eventhonorare, Werbung. Wer war eigentlich der Mann, der gestern Abend die ganze Zeit um Sie herum war? Meinen Sie jetzt den Herrn Tilt? Ja, genau. Tilt. Er ist Produktmanager eines Buchverlages und möchte demnächst eine Weinsammler-Edition herausbringen. Ich soll dafür schreiben. Dann hat er ja großes Interesse daran, dass Sie gewinnen. Dem Mann kann geholfen werden. Es braucht ganz viele Kinder, die in Kopenhagen haben, weil es nicht ganz gut ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020